Maria Müller, Flieden Im Winter fliegen die trockenen Bläher in die Luft herum. Es hört gleich auf zu schnee, dann wird es wär wie besser. Du Kohle in den Ofen, dass die Mälk bald zu kochen aufhängt. Der gut alte Mann ist mit der Gäule durchs Eis gebrochen und in das kallem Wasser gefallen. Er ist für vier oder sechs Wochen gestorben. Das Feuer war so stark, die Kuchen sind ja auch ganz schwarz gebrannt. Er esst die Eier immer ohne Salz und Päfer. Die Füße tun mir auch weh. Ich gleich, ich hab sie durchgelaufen. Ich bin bei der Frau gewesen und hab es ihr gesagt. Und sie seht, sie wollte es auch ihre Mutter sagen. Ich will es auch nicht mehr wie du. Ich schlau dich gleich mit dem Kochlaufen um die Uhren, du auf. Wo gehst du hin? Sollen wir mit dir gehen? Es sind schlechte Zeiten. Mein Lieb kennt, blei hier ohne stehen. Die Böse ganz beise dich tot. Du hast heute am meisten gelernt und bist brav gewesen. Du darfst früher hein gehen als die andere. Du bist noch nicht groß genug, eine Flasche weg auszutränken. Du musst erst noch etwas größer werden. Geh, sei so gut und so deine Schwester. Sie soll dich gleich für eure Mutter fertig nehmen und mit der Bürsch sauber machen. Hättest du ihn gekannt, dann wär es anders gekommen. Und es wird besser um ihn stehen. Wer hat mir mein Kuh mit Fleisch gestohlen? Hat das so als Hörsen zum Dreschen bestehlt? Sie haben es aber selber getan. Beim Hörsen die neue Geschichte erzählt. Man muss laut schreien, sonst versteht er uns nicht. Wir sind müde und haben Durst. Als wir gestern Abend zurückgekommen, da lagen die anderen schon im Bett und waren fest am Schlafen. Der Schnee ist die Nacht bei uns lernen geblieben. Aber heut mori ist er geschmolzen. Hätt ich an seinem Haus stehen drei schöne Appelbäume mit roter Appelrehe. Könnt ihr nicht noch einen Augenblick auf uns gewartet? Dann gehen wir mit euch. Ihr dürft nicht solche Kängerei drehen. Unsere Berge sind nicht so hoch, die Euche sind viel höher. Wie viel Pond wurscht und wie viel Brot wollt ihr haben? Ich verstehn euch nicht, ihr müsst besser läuter schwarz. Hat ihr kein Stöckchen weiße Seife für mich auf meinem Tisch gefangen? Sein Bruder will zwei schöne neue Häuser in eurem Gartenbau. Das wird kommen vom Herzen. Das war recht für euch. Was setzten da für Vögelrehe oben auf dem Mäuerrehe? Die Bauern haben fünf Ouse und neun Kühe und zwölf Schöfere für das Dorf gebracht. Die wollten sie verkaufen. Die Leute sind heut alt daus auf dem Feld, o mei. Geh nur, der Brauhorn tut er nischt. Ich sehn mit der Leute hänge über die Wiese ins Korn gefahren. Unterdrück alte Römer Deine Bruder A Amen.